Ich heiße Ernst Wergeneder und das ist meine One-Minute-Homily. Die Gegenwart verstehen und die Zukunft verantworten. Jeder von uns als Mensch will verstehen, doch hat das nicht immer mit Definition zu tun. Verstehen hängt sehr eng zusammen mit dem Herz. Verstehen und das Herz fühlt, das was in der Gegenwart geschieht, und wir können das in die Zukunft verantwortend hineintragen. Mit Karl Rahner können wir zum dritten Adventssonntag sagen, Gott hat sein tiefstes, sein schönstes Wort hineingelegt und dieses Wort heißt, ich liebe dich, du Welt, ich liebe dich, du Mensch. Zünden wir also eine Kerze an, denn die Kerze, das Licht, hat mehr Recht als die Finsternis.